Wissen ist ja Hit, kommt, singt alle mit, Blippi! Oh, hey! Ich bin's, Blippi! Und ich hab gerade getanzt! Aber es ist echt heiß draußen. Ich wünschte, ich könnte eine Pause machen. Tja, keine Zeit für Pausen, wenn man tanzt! Seht ihr das? Wow! Das ist ein Eiswagen! Und ich liebe Eis am Stiel! Ich finde, wir sollten uns ein Eis holen. Los geht's! Hey, Blippi! Wie geht's dir? Wie heißt du? Ich bin Julia. Möchtest du ein handgemachtes Eis am Stiel? Ja, ich liebe Eis am Stiel. Welche Sorte hast du denn? Das ist Cha-Cha-Cha. Es ist Mango, Ananas und Chiasamen. Uh, das klingt so lecker! Mango, Ananas und Chiasamen. Mh, das ist echt lecker! Haha! Yay, das freut mich! Möchtest du sehen, wie es gemacht wird? Ja, das wäre echt super cool! Super, los geht's! Willkommen in meiner Küche! Wow, schaut euch das an! Das ist so cool! Danke! Als erstes musst du dich fertig machen. Ha, guckt mal hier! Das ist eine Schürze! Jetzt geht's los! Wow! Okay, na, was haben wir denn hier? Also, das sind all die Zutaten, aus denen wir unser Eis machen. Oh, sieht aus wie ein Haufen Obst und Gemüse! Ja, ganz genau! Wir verwenden nämlich eine Menge Superfoods in unserem Eis. Also, siehst du hier Grünkohl und Avocado und Spinat und Chiasamen. Was ist das? Das ist eine Kokosnuss. Wow, das ist cool! Eine Kokosnuss! Cool! Welche Sorte machen wir? Ich dachte, wir machen Popeye. Popeye? Ja! Na, dann los! Warte mal, warum es Popeye heißt. Äh, ich weiß nicht. Wieso? Wir verwenden Spinat. Also hier bitte, halt mal den Spinat. Ich habe vorhin eine Portion gemacht und dachte, wir könnten einfach was dazugeben. Okay, hier ist etwas Spinat. Und was hast du da? Erdbeeren. Und zum Süßen verwenden wir Datteln. Uh, Datteln. Haha, alles klar. Komm hier rüber. Oh, okay. So, hier ist die Portion, an der ich vorhin gearbeitet habe. Oh, das ist ja cool. Alles klar. Sieht lecker aus. Na los, geben wir ihn dazu. Okay. Tschüss, Spinat! Und hier sind ein paar Erdbeeren und Datteln. Lecker! So, hier ist es vielleicht etwas anders als in deiner Köche, weil wir hier große Geräte verwenden. Echt? Ha, ich freue mich. Bist du bereit? Wow, guckt mal! Das Ding ist riesig. Was macht man damit? Das ist unser Pürierstab. Wow. So, man steckt ihn rein und drückt den Knopf. Wow! Wow! Da haben wir's. Der püriert das also, bis es flüssig ist? Ja, ganz genau. Wow! Das sieht so lecker aus. Na, und was machen wir jetzt? Jetzt füllen wir es in unsere Formen. Okay. Und ich hole meinen treuen Knopf. Uh! Wow! Also, sind das im Prinzip drei Zutaten, alle püriert zu einer richtig leckeren Flüssigkeit. So, jetzt müssen wir sie als nächstes hier reinschütten. Ah! Und dann muss man es irgendwie hier durchbekommen. Hin und her schütteln? Genau. Darf ich? Na klar. Okay. Hier kommt noch mehr. Wow! Da sind noch ein paar Klumpen drin. Das ist okay. Hier haben wir noch mehr. Okay. Als nächstes müssen wir... Lasst uns schnell die Klumpen rausholen. Wir müssen einfach unsere Stiele reinstecken. Ein Eisstiel. Habt ihr jemals ein Eis am Stiel gegessen und den Holzstiel festgehalten? Das ist, was wir gerade da reingesteckt haben. Das macht sie so praktisch. Okay. Und jetzt tun wir sie in unsere super besondere Stieleismaschine. Wow! Was macht dieses Ding? Es macht alles super kalt. Es gefriert ein Eis in 18 Minuten. Wow! Ich freue mich so. Ich mag Eis am Stiel gern. Hey, guckt mal. Ich stelle das einfach rein. Wow! Also ist es richtig kalt da drin. Genau. Das ist nämlich eine besondere Gefrierflüssigkeit für Eis am Stiel. Wow! Alles klar. Ich kann dir nicht alle meine Geheimnisse verraten. Vielleicht später. Und was machen wir jetzt? Also, während ich normalerweise darauf warte, dass mein Eis gefriert, tanze ich. Okay, los geht's! Wuhu! Wow! Heißt das, dass es fertig ist? Genau, komm! Alles klar. Schütteln wir die Gefrierflüssigkeit ab, lassen es trocknen. Alles klar. Ich nehme mal dieses Handtuch, damit wir nicht drauf ausrutschen. Das wäre eine lustige Tanzbewegung. Wir müssen es in die Flüssigkeit stellen. Okay, und was bewirkt die? Es macht es irgendwie weicher, damit es leicht rauskommt. Eins ist weg. Da ist es ja. Wow, die sehen so lecker aus. Ich freue mich so. Na los, probier eins. Okay, wie wär's mit dem hier? Wow! Lecker! Das ist so lecker! Das erinnert mich. Ich muss wieder zurück und mehr Eis verkaufen. Meinst du, du könntest auf die Küche aufpassen? Mach ruhig deine eigene Sorte. Unsere eigene Sorte? Das klingt super. Bis später, Blippi. Danke, dass du uns alles gezeigt hast. Kein Problem. Habt ihr das gehört? Wir dürfen jetzt unsere eigene Blippi-Sorte machen. Los geht's! Wuhu! Habt ihr das gehört? Alles klar. Wir werden unsere ganz eigene Sorte machen. Und ich freue mich so. Mal sehen, womit wir arbeiten können. Ihr wisst doch, welches Obst das ist, oder? Genau, das ist ein Apfel. Okay, sieht aus, als hätten wir Weintrauben. Lecker! Was ist das? Guckt mal hier! Genau, das sind Zitronen. Zitronen haben die Farbe gelb. Wow! Und dann haben wir hier Grünzeug. Wow! Spinat! Wow! Wow! Hallo! Haha! Sieht aus wie Haare. Oh! Das ist Grünkohl. Und Grünkohl ist echt lecker. Haha! Und er mag kein Behälter. Haha! Wie lustig! Okay, packen wir die hier zurück, damit wir weiter gucken können, was für Arten von Obst und Gemüse wir haben. So wie hier. Wow! Die ist so schwer! Oh! 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 Ja! Das ist eine Wassermelone. Und Wassermelonen sind echt groß! Und lecker! Wisst ihr, welche Farbe die Wassermelone von innen hat? Genau! Rot! Und außen ist sie grün. Okay, noch ein paar mehr. Banalen. Und Ananas. Lecker! Okay, so. Ihr könnt sehen, dass wir diesen großen Eimer hier haben. Und wir müssen die ganzen Zutaten hier reintun. Wir dürfen die Erdbeeren nicht vergessen. Fangen wir mit denen an. Los geht's! Wuhu! Hahaha! Okay. Das ist Grünkohl. Wow! Ha! Tun wir den dort rein. Wuhu! Hahahaha! Hahaha! Wir sind so gut! Oh! Äpfel! Wir könnten den ganzen Apfel da reintun. Aber ich glaube, wir sollten ihn vielleicht besser schneiden. Habt ihr jemals ein Stück Apfel gegessen? Es schmeckt so lecker! Okay, hier ist unser roter Apfelschneider. Und dann muss der genau in die Mitte. Ja, genau so. Und dann drückt man ihn runter. Wow! Oh, guckt mal! Das ist super! Erst die Äpfel schneiden und dann ziehen wir sie raus. Und dann können wir sie gleich in unseren großen Eimer tun. Wow! Und man tut das Kerngehäuse, das in der Mitte ist, nicht hinein, weil es viele Kerne drin hat. Oh, apropos Kerne. Wassermelonen haben Kerne. Haha! Okay! Schneiden wir die Wassermelone auf. Wow! Ich werde sehr vorsichtig mit diesem Messer sein, weil ich erwachsen bin. Okay! Los geht's! Wir schneiden sie so in zwei Hälften. Einmal umdrehen. Wow! Guckt mal! Das sieht so lecker aus! Unser Eis wird so lecker werden! Okay, ähm... Ich hab eine Idee. Haha! Los geht's! Haha! Wir haben ein paar Bananen! Einmal Pellen. So geht das. Tschüss Banane! Wuhu! Und dann noch eine Banane. Lecker! Da haben wir es! Hahaha! Lecker! Guckt mal! Sieht das lecker aus? Oder sieht das lecker aus? Haha! Und erinnert ihr euch? Wir haben gelernt, was das ist. Die Kokosnuss! Alles klar. Die sind ein bisschen schwer zu öffnen. Aber sie sind es wert. So, nehmen wir den Kokosnussöffner. Wow! Wir haben es geschafft! Guckt mal! Wow! Guckt mal, wie viel Kokoswasser da ist. Ich will es am liebsten auftrinken. Oh, okay. Das kommt in den Eimer für... Das Eis am Stiel. Wow! Wow! Lecker! Okay. Jetzt können wir mit dieser Vorrichtung das Kokosfleisch rauslöffeln. Genau, so geht das. Lecker! Da haben wir es. Alles klar. Perfekt. Bringen wir es hier rüber. Lecker! Oh, hier ist der Spinat. Wuhu! Und dann haben wir noch Weintrauben. Wir nehmen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Weintrauben. Alles klar. Erinnert ihr euch? Die haben wir vorhin benutzt. Das sind Datteln. Los geht's! Wow! Okay, ich darf die Zitronen nicht vergessen. Wir haben so viele Arten, Obst und Gemüse hier drin. Los geht's! Wow! Okay, nehmen wir die hier und drücken sie aus. Wuhu! Habt ihr schon mal Zitrone probiert? Okay, probieren wir sie. Wow! Wow! Das ist sauer! Okay, waschen wir unsere Hände. Und dann, zu guter Letzt, haben wir noch die Ananas. Wir schneiden die Ananas einfach so. Seht ihr schon das Gelbe? Das sieht lecker aus! Und jetzt nehmen wir diese Ananas-Vorrichtung und tun sie hier oben drauf und dann dreht man sie. Wow! Guckt mal! Und dann zieht man sie raus! Wow! Schaut mal! Und dann nimmt man sie ab. Genau so. Und das wird das leckere Eis schön süß machen. Alles klar! Ich glaub, das reicht. Wow! Das ist so schwer! Kommt ihr hinten hin! Erinnert ihr euch, was wir jetzt tun? Genau! Sie hat uns beigebracht, dass der Eimer hierher kommt. Man nimmt den großen Pürierstab. Wow! Haha! Und pürieren alles! Los geht's! Wow! Alles klar! Jetzt ist alles vermischt. Aber wartet mal! Wir brauchen das magische Werkzeug. Den riesigen Schneebesen! Wuhu! Guckt mal! Alles klar! Das gibt ihm Farbe! Haha! Okay, das kann da drüben hin. Und dann können wir den Eimer hochstellen und den Krug holen. Erinnert ihr euch? Wir müssen was rausschöpfen. Ich freue mich so. Wir schütten es rein. Holen wir noch eine Portion. Okay! Okay! Los geht's! Okay! Wow! Alles klar! Ich glaube, das reicht. Schütteln wir es! Okay! Ja! Die werden echt super lecker! Nehmen wir die Stiele. Wow! Das sind ganz schön viele Eisstiele. Haha! Die kommen hier rein. Perfekt! Jetzt müssen wir sie in die Kühlstation bringen. Los geht's! Stellen wir es rein! Wuhu! Geschafft! Erinnert ihr euch, was wir wohin gemacht haben? Das wird eine ganze Weile dauern. Also tanzen wir, während wir warten! Habe ich deinen Bing gehört? Ja! Das hast du! Das Eis muss fertig sein! Schauen wir es uns an! Wuhu! Alles klar! Wow! Ich freue mich so! Okay! Wir müssen sie abtrocknen! Ich bin gespannt, welche Zutaten du benutzt hast! Ich auch! Wow! Oh! Schön leicht! Hier kommen sie! Wow! Wow! Guckt mal! Haha! Meine zwei Lieblingsfarben! Ja! Guckt mal! Blau und Orange! Sollen wir mal probieren? Hm! Magst du das Eis? Das ist super lecker, Blippi! Weißt du was? Du musst eins mit rausnehmen und Eis verkaufen! Hm! Super! Alles klar! Komm! Wir verkaufen unser Eis! Ha! Eis am Stiel! Eis am Stiel! Wer will Eis am Stiel? Haha! Ich liebe Eis am Stiel! Es hat so viel Spaß gemacht zu lernen, wie man Eis am Stiel macht mit euch beim Mom&PopShop in Coaster Mesa California! So! Das ist das Ende des Videos! Aber wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, sucht einfach nach meinem Namen! Buchstabiert ihr ihn mit mir? Bereit? Blippi! 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 Gut gemacht! Na, bis später! Blippi! 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 Los kommt alle her! Lernen ist nicht schwer! Blippi! 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 Wissen ist der Hit! Kommt singt alle mit! Blippi! 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 ... Plippi! Blippi!